Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Guntlet. Heute, äh, ja, die Tore von Orox, hast du gehört? Mhm. Äh. Ja, wollen wir die einfach mal auseinandernehmen jetzt, oder ist das? Ja, ich geb mir Mühe. Ja, bist bereit? Warte mal. Bist bereit? Ach so, 54.000. Ja. Hm, ja, gut, alles klar, bereit. Ja, die smashen wir jetzt übel weg. Sag ich dir so, wie's ist. Ja, mal gucken, mal gucken. Tiefer und tiefer gelangst du. Juh. Tiefer und tiefer gelangst du. Die wahre Magie wird am Ende obsieben. Morag, war das der Typ am Anfang? Boah, das ist so lange her. Ja, oder? Nee, ich weiß das wirklich nicht. Nee, doch. Oh, was ist das? Der dabei verholt so. Die dicken sind, die machen so einen Schaden, ja. Ja, sie sind echt ein bisschen gemein. Ich fühle mich immer angegriffen. Ey, hier ist auch eine Krone. Wo ist die Krone? Hast du die Krone? Ich hab ja auch nichts. Ich könnte es nicht, wenn wir gerade vollkommen sind. Ey, hast du es gesehen, wo die war? Nee. Die lag auf dem, also quasi, hätte die eigentlich schon runterfallen müssen. Die lag, sowieso gesagt, auf einer Wand. Und das ist nicht runterfallen? Nee. Hast du es jetzt? Nein. Also, ich bin da nicht, ich bin da nicht hingekommen. Achso. Die lag, sowieso gesagt, auf einer unsichtbaren Wand. Sehr geil. Ja, oder? Ja. Läuft. Ich muss öfters, glaube ich, mit den Blocken agieren. So wie ich bei den Dicken... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Lass mich. Alter. Hast du das gerade gesehen? Ja, ich kann sehen. So. Oh ja, einfach. Ja, und so macht das ein Zauberer, hat meiner gerade gesagt. Oh, bei mir ist hier ein kleiner... Ja, bei mir auch. Bei dir auch. Sehr gut. Ja, der hat's nicht leicht. Ich will mal einfach weg. Jo. Was jibs, was jibs, was jibs? Torchschlüssel. Aha. Achso, ja. Plopp. Verstehe. Okay. Also, das kennen wir schon. Ja, easy. Haben wir schon ein, zwei Mal gemacht. 2, 3, oder? Mindestens. Danke. Ähm. Gut. Gut. Dann hätten wir nicht, dann gehen wir halt hierher. Oh, gleichzeitig. Ja. Gold. Yeah. Ja. Hallo. Da hinten sind Schammer. Ach, scheiße. Ich hätte gedacht, die kommt weiter. Oh. Au. Ja, der spaltet sich. Berlin, was los? Das ist nicht verarschen. Ja, ich bin gnädig. Ja, danke. Ja. Es ist eh irgendwie nichts, was da liegt an Geld. Nee, irgendwie nicht. Oha. Ja, easy, wa? Der war mies. Übrigens, könnten wir nach links springen, ja? Hier vorne? Ja, entspannen. Oh, Alter. Mach erst den, was ist da hier? Ich bin dabei. Geil. Überdrück, überdrück. Überdrück. Das ist die Krone. Au, alter. Ich krieg immer die scheiß Kugeln von dem Zauberer ab, ey. Das ist ausreichend. Ja, ich bin dabei, aber irgendwie... Aber irgendwie hast du... Es geht nicht. Nee, irgendwie, äh... Pass. Ja. Ja, sooo... Geld, 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 Geld... Mach's gut. Oh, danke. Ja, kein Problem. Hier vorne könnte man... Nee, was... Hä? Achso, vielleicht... Ja, das kriegen wir bestimmt noch später weg. Ja, auf jeden Fall, weil da ist der Schlüssel. Lass mal hier losgucken. Jo. Äh... Okay. Das ist cool, hier will ich stehenbleiben. Ja, okay. Das ist mein Podest. Oh nein. Sprengstoff. Äh, ja, wir gehen nach hier hinten, okay? Ja. Oh, die vorgehen. Machen wir dir die Magier weg, damit sie dich nicht hier massakieren. Ja, danke. Oh mein Gott. Oh nein. Ach, sei grad so aus, als ob du dich sturm bist. Alles gut. Alles safe. Zack. Da läuft einer hinter dir her, ne? Ja, hab ich gesehen, aber ich wollte nicht da vorne mich umdrehen, damit ich die Bomben da zerstöre. Achso, achso. Die Wahlküre zielt stets genau. Geld, 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 Geld. Komm in meine Tasche schon. Yeah. Scheiße. Das wär's jetzt gewesen. Alles, alles wirklich schnappend. Ich hab ja auch voll verkackt. Ja. Schlüssel. So. Schon wieder? Wir haben doch ja auch keinen Schlüssel. Ne, da hast du einen Schlüssel. Und Essen. Nimm du. Du hast weniger als ich. Au. Meine Krone. Nein. Ja. So witzender Krone. Achso. Ja, du darfst, also. Ja, danke. Jetzt kann ich mir das Essen nehmen, ja. Ja, gerne. Das heißt, ich hab wieder Vögel. Ja. Ja, genau. Prozedie mal. Reich. So. Fuck. Okay, ich wollte grad fragen, ob wir hier durchgehen. Das hat sich denn nichts erledigt. Ja. Da liegt ja übrigens noch ein Schlüssel, also. Achso. Na dann ist das. Dann macht das Sinn. Ah, die hab ich auch nicht gesehen. Ne? Skeletten, oder? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Boah. Eidra, lass mich. Feuer. Zack, 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 zack. Ich mach mal hier die Kinder, die kommen in Eier, glaub ich, kaputt. Ja. Ich steh nämlich hier mit der Stimme. Irgendwie. Wenn ich's irgendwie mal hinkriegen, sollte. Einfach all in. Ja. Zack. Bam. So. Geh aber trotzdem durch. Ich überleg grad. Ja. Kann man hier runter? Oh, hallo. Hier ist Essen. Das schnapp ich mir runter. Ja, wär cool. Alter. Krone. Alter, lass mich. Alter. Ey. Ich bin grad irgendwie voll überfordert. Ja, merk mal. Daumen muss auch noch mal essen. Für dich und für mich. Ja, ich hab noch ein bisschen, also. Naja, ich hab's auch wieder. Wacht mir. Was? Hey, der Magier hat hier irgendwie grad die Beschwörengsteine angestrahlt. Die Macht, wahre Magie. Ja. Ist das erst bloß, oder? Na, eins nehm ich mal mit. Achso, da ist er auch eins. Oh, süß. Ja. Alter, ich hab jetzt echt extrem den Überblick verloren. Von links und rechts und so. Ja, ich auch. Also, ich laufe jetzt gerade einfach bloß. Alles klar. Äh, haben wir vielleicht irgendwie ne Wand übersehen oder so? Wegen den TNT, was da war? Na, ich guck schon immer. Oh, boah, ich hab das jetzt. Geld. Vorsicht. Nicht das Essen vernichten. Ey. Ich will den Erfolg haben. Hoppala. Da geht's auch noch eigentlich durch, ja? Oder ne, da sind wir hierher gekommen, ja? Oh, hallo! Bom. Bom. Oh, genau getroffen, ne? Sonst gehen musst du erst mal haben. Jetzt fliegt das nicht dahin, wo dein Mauszeiger ist? Ja, ne, eben nicht. Der fliegt bloß ne bestimmte Reichweite. Okay. Jetzt sind wir hier. Okay, jetzt sind wir hier. Ja, wow. Lohnt sich. Hätten wir auch oben reingehen. Ja, war genau so viel drin, oder? Da war, glaube ich, aber Essen. Diesmal stelle ich mich aber nicht davor. Hat mir vorhin irgendwo ne Krone liegen? Ne. Achso. Warte mal mit. Ey, das ist ja ein Totenkopf. Oh, ich wollte ihn ja auch nicht gesehen. So, jetzt wieder nach rechts. Achso, schön, wir gehen nach rechts. Hey? Ne, nach rechts. Ne, wir sind hier nicht lange gelaufen, oder? Ne, wir sind links hochgelaufen und rübergesprungen. Stimmt. Ja. Mein Jutz. Und wir fragen uns vorhin, wie kommen wir an den Schlüssel? Geil. Oh, ne. Also quasi könnten wir rein theoretisch da hinten die Tür auch noch aufmachen, wenn wir wollen. Ja, ein bisschen Geld. Ja, oder wir gehen erstmal weiter, gucken, was es da noch so gibt. Na, wir müssen mal hier nach oben. Glaube ich. Waren wir hier unten? Ach, weiß ich nicht. Da ging ne Treppe runter. Hier kommen wir nur zu. Hier du. Warte mal kurz. Ich will mal kurz was gucken. Ja, hier ging ne Treppe runter. Oh. Ich hab hier auch nicht gesehen. Hey. Wird da auch rein? Oh, ja. Inne nehm ich. Danke. Hier. Dein Drache. Ja. Reich. Ja. Guck mal, ob ich das einfach noch sehe. Drache Reich, Junge. Drache der Reich. Oder so. So. Äh, da genau da oben lang. Ja. Gold. Wow. Der noch weiter oben? Da sind wir ja vorhin nicht weitergegangen. Stimmt, ja. Hehehe. Ja. Hier sieht's so unbekämpft aus. Yeah. Ich hab, äh, gerade ein Erfolg gekriegt, würd ich gerade sagen. Au. Ja. Ich weiß aber nicht, was das war, also. Es war mir nicht ersichtlich. Ah, okay. Spann dich. Dicke Stimme. Ei, ei, ei. Ich bin gefangen. Du warst gefangen zwischen mir und den Viechern. Okay, oder? Ah, nee, ey. Also, oh. Also war das doch kein Miniboss gewesen hier. Warte. Bloß größere Mops. Ja. Oder größere Möpse kann auch sein. Hö, 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 hö. Ich sehe dich nicht. Nee, ich auch nicht. Voll komisch auch nicht. Scheiße, voll vorbeischossen. War knapp. Oh. 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 Oh Gott. Hey, hey. Bei dem Tüter. Ich kann das Geld nicht einsammeln So Halt Was? Ja, Geld Hab ich auch nicht gesehen Lass dich mal runterziehen, da oben möchte ich gehen Kettenplatz machen, weil da oben TNT rumliegt Boah, hast du den Block gesehen von mir? Alter, meine Viecher fliegen schon wieder nach oben, was ist denn mal los hier? Der dicke Sack ist gerade über nach oben geflogen Schon wieder, weg ist er Guck mal, da ist schon Das ist jetzt nicht so schwer Ja Mano Mano Yay Schon wieder, schon wieder maler Trank Ja, okay, krass Hier, nimm, äh, Essen Heisch Achso Ach, scheiße Das ist nicht krank Nur wieder essen Ganz kaputt machen, wenn du möchtest Du Stemper Oh Eigentlich, normalerweise könntest du doch hier einfach runterspringen, oder? Nein, das geht nicht, siehst du doch Ja, hm Kann ich mal anmachen? Nein Ich denke mal, man kann das werfen Ja, willst du mir hinterher werfen? So, haben wir jetzt alles gesehen hier? Ja, ja Oh 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 Ah Siehste? Das war ja klar Ja Ich hatte ja auch kurz Angst, ey Hehehe Okay Dann haben wir's jetzt, glaub ich, so weit Ja Hier waren wir schon Ja, aber hier könnten wir jetzt runterspringen, oder? Müsste ja jetzt aufgegangen sein, jo Ne, doch nicht Hö Ne, warte mal Wollen wir den Steig gerade runter durchmüssen? Ah, wir haben noch Ne, ja, das stimmt Wir haben's woanders Ja Müsst bestimmt da links und dann hoch Und außerdem haben wir noch einen Schlüssel Ah Hier haben wir den runter durchmüssen Ja, dafür ganz links, wollen wir da noch hin? Ja Ich nehm mal den TNT mit Ja Da Da Hab's gesehen Was, da? Hier Stopp Da Ah Mir irgendwie nicht aufgefallen Ah, siehste Mir vorhin auch nicht Hehehe Schon wieder Mana, alter Auf allem ist das eh jetzt, äh, ranzig Weil jetzt ist das Ende Und wir haben hier doch noch zwei Mana-Tränke Na, bei dem nächsten Gegner Auch wenn's ein einzelner ist Dann benutze ich das Alles drauf Ja Äh, da Da ist auch nochmal einer dran Jawohl Haben wir ja Nicht viele Huch Yeah Ja 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 So Dann Jetzt Steinchen Steinchen, Steinchen Möchtest du dich da vorstellen, oder? Ja, warte Hehehe Ich würd so gern probieren, ob das geht, ja, ich hab aber 3000 Gold Hehehe Hehehe Ich glaub, ich glaub, das funktioniert nicht Ne, glaub ich auch nicht Ich glaub, du wirst elendig sterben Hehehe, deswegen mach ich's nicht Huch So Ja, danke Oh, siehste Oh, siehste Deswegen hab ich mir mein, meine Magie aufgehoben Das könnte nützlich sein Alter Bam Hehehe Alles verkloppt, was er auch noch hat Einen hab ich noch Nö, ich hab alle verrauchtet Zuschieben Ja Danke Jetzt wieder den armen alten Mann schieben, weißt du Ja So So, so, so Na, boah, du drei Steinchen Bam Bam Manu Meiner Ich hab die meiste Arbeit gemacht Ich hab zwei Steinchen besorgt Ja, deswegen nehm ich jetzt noch das Gold hier Ja, super Ich hab eh mehr und die Krone Ja, weil du doof bist Ey Nächstes Level 3? Was? Da stand eben gerade, kurz bevor wir die Tür Also durch die Tür da gegangen sind, stand hier irgendwie Nächstes Level, Level 3 Echt? Ja Ah, hier, dicker Kruke Ja Zerstörung 1200 Objekte Wie viel das denk ich was? Hehehe Bronze, ja Voll bronze, ja Ja Alter Da geht auf jeden Fall noch was Oh, Tunnel Oh, ein Tunnel Und links haben wir einen Karko Karko Der Zwietracht Das ist wieder so ein kommies Ding, so ein Arena, ja Ja Schaffen wir die noch? Ja, die machen wir jetzt noch Ja, die machen wir jetzt noch Geil B-Ride Mal gucken, wie oft ich diesmal sterbe 100 100 Oh, oh Halt Keine vor einigen Schlüssel ziehen Ja, wir haben noch eh keinen, äh, Dings Keine Schlüssel Die kriegen wir bestimmt Soll ich hier drüben gleich mitschieben, oder? Naja Ne, warte, lass uns jetzt gucken was passiert Ja, wollte ich grad sagen Nicht, dass jetzt was runter geht hier Ein Schlüssel Ah, ein Schlüssel, warte, schiebe ich den noch nach Ne, machen wir noch nicht Warum? Ähm Weil, wenn du jetzt den Schlüssel nimmst Und aus Versehen während des Kampfes irgendwo gegen rennst Machst du das auch auf? Ja, ist richtig, würde den bloß zerstören schon Achso, ja Weil, da wollte ich sagen, wir machen ganz kreativ Von links nach rechts alles auf Ja Ja Worte Auf Jetzt so Okay, ich mach das hier oben Weißt du, wenn du jetzt nämlich irgendwie hier an der Seite lang rennst Und den Schlüssel dabei geträgt, zack, ist es offen Na, ist richtig Hab ich mir so gedacht Ja, wieso Ich hab mir auch, oder? Ja, natürlich, aber, äh Nein! Oh, scheiße Das war dann der Mana dran Ja, okay So geht's auch Kann man mal machen Guck mal, hier steht eine dicke Sprache Ach, freu ich mich jetzt schon So, und weiter Ja Also auf jeden Fall einfacher als sonst Ja, ich hasse das, wenn das so einfach ist Ja, mach's auf Ja, mach's auf Ja, ja Ah, okay, aber das wirkt ein bisschen zu einfach Ja, das ist echt ein bisschen einfach Ja, das ist echt ein bisschen einfach Ja, oder? Ah, hier ist noch die Spinne Warum wirst du da nicht essen? Oh Gott Dass du erst rauskommst Oh Gott Ich Das ist drin Ich Bist du Der hat da was verloren Hehehe Seine Eier Ne Hehehe bisschen doof sind wir auch manchmal ja ja du auf jeden fall ja ja schon was machst du da eigentlich? hä? meiner schießt nicht mehr? ach jetzt doch ich blocke ich kämpfe und blocke ich mach nebenbei mal die kommen in eier noch nebenbei so kaputt ja hör mal hey wo springt der hin? stand der okay noch? der auch nicht naja geht 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 steht keiner alle alle einfach alles brauchst du was zu essen? übrigens ja hey cool nein das kannst du essen ja ich hab das essen kaputt gemacht ja das glaubt man ja deswegen so hey alter der macht einen schaden jetzt bräuchte es darum ist noch was glaub ich oder? ne okay geil hab ich gerne gemacht danke ich muss neue kraft schöpfen ich muss neue kraft schöpfen sagt sie die zerstörung des beschwörungssteins hat der beschwörungsstein muss vernichtet werden ich hab da so ein problem herrlich ja ja wenn ich einen einmal blocken nicht treffe ist mir halt ein problem oh gott oh alter war das denn oh gott oh gott nein ich sag's noch hm aber gut dass du mein geld errettet hast das ist wichtig ja nicht dass es irgendwie von denen eingesammelt wird willst du und die immer rennt weg wie so ein kleiner koppeln ich schieb schon mal ja ja brauchen wir ja nicht sooo yay ein schlüssel ich mach auf ja bam okay hat's gelohnt war gut hast du einen kürzeren weg das essen hätte noch nützlich sein für das schwöder es kaputt gemacht hä meiner hat gerade gesagt du stümper du hast das essen kaputt gemacht wie war ich das das schwörungsstein muss vernichtet werden guck fein du stümper das ist ein stümper das ist ein stümper ich komme dann gleich mal zu dir ja geil ja das böse wird aus diesem reich vertrieben cool bam wo ist ne kuh ooooo hier geld ja nimm den rest ich hab noch ne krone ja nimm mach ok hab hier unten nur noch geld ach shit wenn du mich mal kurz nach hier unten lässt gut danke und die team bestimmt auch was das kann sein na war klar vor allem nur in der einen rechten ecke komm den hier machen wir auch noch ja nehmen wir das Schlüssel mit ja deswegen kann man ruhig mal machen also yay ja schlüssel ja man hey warte auf mich nächstes level ach so ach so wenn da einer durchrennt ach so ah jetzt heißt er auch er will geht wahlkühre ja ich würde sagen wir sehen uns irgendwann irgendwann mal so in der nächsten folge so irgendwann im tunnel mal wieder im tunnel wahlkühre wahlkühre von daher ja deswegen würd mal gern wieder im tunnel gehen machen wir machen wir aber erst morgen ja ja sag tschüss ne warte ich würde grad eigentlich noch mal sagen hier rechts oben siehst du da den den spalt also rechts rechts neben den das nest äh ja den spalt und dann da unten so ein übel sicher einschlag ja das ist irgendwie voll komisch ja wie hat das ding was durch diesen kleinen spalt spass so ein riesen ding da unten kaputt gemacht ja gut kann ja eine richtige aufladung gewesen sein na egal ich würde sagen wir sind uns in der nächsten folge im tunnel machts gut haut rein tschüss tschüssi